Als ob, als ob man da hier oben abkürzen kann, na ist es ein bisschen schlecht von ihm gemacht zu sagen, dass man die abkürzen kann Hey Leute, und willkommen zur Afterfall Jump World mit dem Bad Cheater Ja, okay, hallo Oh, oh, okay So, gut, ähm Ich weiß nicht, ob denn die neuen Zuschauer schon kennen, das ist auf der ReLeft Ja, ich bin der Boss Haha, alles klar Komm, also wir spielen jetzt auf jeden Fall mit einer der höchst bewertetsten Maps, haben wir gerade sortiert und spielen jetzt hier mit alles im grünen Bereich Und mal schauen Ja, ihr wollt nicht eure Maps spielen, ihr hättet keinen Bock mehr Genau Hä, als ob man, als ob das jetzt die ganze Zeit hier so hoch geht, Alter Aber ihr könnt mir gerne Maps bauen, wenn ihr wollt, dann spiele ich die auch mal Baut mir auch mal Maps Hashtag Hashtag Bad Freeze Nein, Bad Cheater Einfach nur Bad Cheater Ja, ja Aber ihr könnt ja auch schwere Maps bauen, weil Bin Pro Bin Pro, alles klar Hä, wo ist das denn? Achso Gut, äh, ich bin auf jeden Fall im Duell-Modus logischerweise So Komm Wo muss ich hin? Äh, äh Als ob das so ein Sprung geht Äh, äh Easy Hä? Easy Hä, wow, das war doch nicht so kompliziert Keine Ahnung, ich hab dabei nicht vorwärts gedrückt Ich hab dabei nicht vorwärts gedrückt Wie, wie, weiter Als ob er gerade ist einfach Easy, 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 Haha, Easy Als ob, als ob Ich würde sagen, Kreativität, gut Sprünge, okay Und Optik, gut Beenden, ne, ne Scheiße Sprünge Scheiße Weil das sind alles Lautsprünge Und am Ende kommen so ein bisschen dumme Sprünge Dann holt ihr mich ein Leute Da musste ich jetzt wohl einen Ganz schnellen Cut hier machen Ähm, egal Weiter geht's Und wir gucken uns mal die nächste Map an Äh Was ist denn die nächste Map? Was nehmen wir? Wir nehmen mal MLG Parcours Wie lang Oh mein Gott Ja, mach's Komm MLG Parcours hier Alles klar, wie schnell die einfach geladen hat So Standardräume Warte, warte, warte Herzlich willkommen Ich hoffe, es gefällt euch Äh, Water MLG leicht Alles klar Oh mein Gott, wie schwer Oh mein Gott Ist jetzt schon zu schwer Water MLG Mittel Ich bin sogar verreckt Haha, nur gerne Oh Mann Water MLG schwer Oh Hilfe war das schwer Hilfe Koppert MLG Oh mein Gott Das ist so nervig Wie nerviger Nervig Aber er macht doch Weißt du das witzige Wie das, was richtig behindert ist? Er macht doch zwei Schichten Reicht nicht eine Koppert Hä, was ist das? Du musst nur auf den einen Block fallen Koppert Mittel Ja, wow Es ist richtig low, ey Er schreibt MLG Map Das ist ML Noot Map Vor allem, was ist daran MLG Jetzt mach's schwer Jetzt ist schwer Was ist daran? Wow Das ist nicht Das witzige ist Das sollte eigentlich Mittel sein Weil gerade Hast du nur ein Ding In der Mitte In der Perle Was? Achso Ja, das ist wenigstens Noch ein bisschen MLG Wow Ich bin gefällt RIP Bin gefällt Schon wieder Bin schlecht Hä? Vor allem, ich treffe da halt rein Aber es bringt nichts Ich hab einfach Dein EZ durchgezogen Ist eben Dein Einfach-Eis-Kerl Hex Warte mal Hex Okay, Jonas ist gerade Einmal Ganz kurz Ah What the fuck, Alter Oh mein Gott So Schleim Schwer So Easy Danke fürs Spielen Bitte fair bewerten Ja, ich würd sagen Kreativität Okay Sprünge Okay Und Optik mäßig Sorry, das war aber Nicht so eine gute Map Fand ich so persönlich Ich fand die nicht so gut Gut Sprünge Okay Kreativität Gut Nee Wie hat die gut bewertet? Ich fand die voll scheißnack Optik schlecht Drachenpicks Warte, ich bin noch nicht draußen Vor allem wir zocken Die beste wäre es eigentlich Ja, Drachenpicksel Zeit Ist glaub ich zu sagen Wettrennen gegen Freunde Die können wir einspielen Mach, mach, mach So Mach, 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 mach Von Dead Furby, Alter Warte Ich weiß nicht mehr Ob das eine vorgebaute Map ist Wenn nicht dann auf jeden Fall Props, wenn er die selber gebaut hat Die ist vorgebaut Das ist dieses vorgebaute Alter, der das selber gebaut hat Hey, nein Eigentlich gibt es nur eine normale Welt Die vorgebaut ist Und so eine Piratenwelt So eine ist mir nicht bekannt Deswegen kann auch sein Aber ich will nichts falsch sagen Sie kann auch nicht Hey Leute, man kriegt kein Hä? Irgendwie mag ich die Map gar nicht Ich verstehe die nicht mehr vernünftig Du kannst geradeaus einfach durchspringen Hey, ja, ja Oh So Nein Was? Och Mann Ich hasse aber auch Schleimspringer Muss ich sagen So, mal schauen Ob ich jetzt besser abschneide Oh mein Gott Ich hab's noch gerade so geschafft Ist hier irgendwo ein Checkpoint? Äh Bis jetzt noch nicht Wie schwer ist die Map, bitte? Hä, ist doch nicht Es ist nur noch hoch Gehen bis jetzt Hier ist noch einer Direkt einer nebenan Nein Ich hasse um die Ecke Leitersprünge So extrem, ne? Hä? Da ist doch nicht mal anders Was ist das? Hä? Was? Was ist das? Och Mann Ja, ich bin ja nicht mal da Weil ich schlecht bin In Slime und Leiterspringen Och Mann Vor allem Hä, was ist das? Ich sterb immer so kurz, ne? So kurz bevor der Vor der Leiter Warte mal Vielleicht schaffe ich's nicht Hä, warte mal Ich guck jetzt einfach Ich guck jetzt richtig Dreis, ob man abkürzen kann Ehrlich, darauf hab ich keinen Bock Wenn das gleich geht Dann sag ich dir gleich Direkt Bescheid Das ist richtig Ja, du kannst es so easy Abkürzen Achso, man kann ja auch Einfach sneaken, glaub ich, oder? Ich weiß nicht, was du da machst Was machst du da? Gehst einfach auf den Rand Und springst einfach Kurz da um die Ecke Ja, sowas hasse ich Das ist so ungefähr Wie wenn du um die Ecke springst Auf die andere Leiter So wie vorn Was du die ganze Zeit gemacht hast Ja, das Das ist richtig easy Nee, das ist nicht easy Scheiße Das ist so scheiße Das ist so Guck Leute, da sieht man schon wieder Was Tobias kann Nennlich viel Was die Community kann Alles klar Okay, ich hab's geschafft zum Checkpoint War ich nicht noch am Checkpoint? Ja, okay Ah, es gibt schon wenig Sprungkraft Oh mein Gott Der mag Coprap so hart Dieser Typ Coprap Typ 123 Coprap Typ 123 Alles klar Du kriegst ja nicht mal Fallschaden Du kannst doch einfach nach ganz unten springen Und da chillen Ich check noch nicht Ich check noch nicht Was seine hässliche Coprap Ihm bringt Ich land hier immer im Coprap Bei dem Wasser Ja Bin ich dann tot Wenn ich im Coprap bin Nein, dann würdest du zurück Du kannst einfach links Du kannst einfach den Berg hochklettern Links Lol Das haben wir ja auch gemacht Ihr habt darauf auch keinen Bock Als ob Als ob man da hier oben abkürzen kann Da ist es ein bisschen schlecht von ihm gemacht Zu sein, dass man hier abkürzen kann Mal schauen Oh, schaff ich's jetzt? Schaff ich's jetzt? Bitte nicht Bitte nicht Oh Oh doch Checkpoint erreicht Please not Please not Locker Beim nächsten Coprap-Ding Wirst du richtig scheitern Dankeschön für die Motivation Spring hoch Oh mein Gott Du musst nur hoch springen Hey, wo muss ich jetzt hin? Hey, vor allem Hey Alles klar Ich hab Ich hab das hierhin abgekürzt Easy 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 Hey lol Das ist eigentlich richtig lustig mit der Treppe Was ist lustig mit der Treppe? Müsste später sehen So Okay Hier bin ich jetzt schon mal Oh gut Das war super, super schlau von mir Das find ich eigentlich nice mit den Links So Coprap Geilo Oh man Wie Bock ich jetzt darauf hab Dieses Coprap Scheiße zu machen, ne? So Ich hab's geschafft Easy Ehrlich Ja, easy Easy Locker Locker Gleich verliere ich wieder nur Deshalb Weshalb Nein Ich hasse Es ist einfach ehrlich So, dass ich gleich einfach deshalb verlieren werde Weshalb denn? Dass ich das hier nicht schaffe Dann hast du so einmal Glück Dann schaffst du das direkt Vor allem Ich bin grad mega scheiße gestorben Ich glaub das nicht Ja guck Jetzt bist du schon mal mir Wo bist du? Hast du da? Ich bin ja hier Ja, was muss man da machen? Oh Ja, ich hab's geschafft Ja, das ist eigentlich voll easy Welchen Block kann man schneller abbauen? Eis, Stein, Eis Och man Das war grad auch wieder weh Gertun Komm Ja, wie soll ich das denn machen? Achso, ich weiß wie man das macht Einfach Gar keine Leer-Taste drücken Ja Ja, ich bin am Ende des Jump'n'Rounds Ich seh die goldene Druckplatte Ja, wow Ich spring jetzt hier Oh man, wie dumm Wenn der schafft das jetzt instant Ja, GG Ich versuch's auch noch Ja, ich mach sehr gut Optik Fand ich Gut Ja Äh, ich versuch's nochmal zu schaffen Hier Und dann Was, sag denk ich Von dieser Folge Mann, wie hast du das geschafft, Jonas? Er sagt noch so, Leute Einfach Ja, dachte ich erst Weil ich das beim ersten Mal Fast geschafft hätte Da hätte nur noch Ein Zentimeter oder so gefehlt Du drückst Du drückst einfach nur nach vorne Die ganze Zeit Und dann springst du die ganze Zeit immer höher Ja, aber ich renne immer gegen den Rand Und SDRG Du drückst einfach ganz Nur Okay Jetzt hab ich gerade verkackt Ja, ich hab's geschafft Gut Äh Ach man Jetzt musst du nur noch das schaffen Welchen Block kann man schnell abbauen? Eis oder Stein? Hä? Hä? Falsch Hä? Warum falsch? Weil du Stein schneller abbauen kannst Jetzt kommt hier Hey, wenn du Eis kannst du mit der Faust doch in ein paar Sekunden abbauen Ja, kannst du mit dem anderen Sachen auch Stein brauchst du doch voll langweilig Einfach nur durch Einfach nur durchspringen Hä? lol Du musst einfach nur durchspringen Ich verschwirr in den Luft Achso, nice dann Gut, äh, Kreativität Äh, gut Sprünge gut Okay, das ging nicht Gut Ah, ich sag, ich sag alles gut Gut, ähm Ich würd sagen, dann war's von dir Ich musste grad wieder ein Cut machen Gigi Ähm, hoffe ich hätt dir die Folge gefallen Äh, schaut bei dem nicht vorhandenen YouTube-Kanal von Bad Cheater vorbei Hä? Ich hab sieben Abos Wow, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao Ich schwöre, ich hab Dings Richtig viele Abos Okay Ich bin Kronk, eigentlich Ja, okay Hä, ich bin eigentlich PewDiePie Nur in Deutsch Ja, bis zum nächsten Video, Leute, haut rein Okay Soll ich mal kurz mein Ding, mein Haut rein, Leute